Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch, ich bin's der Cookie und wir spielen mal Junkertown, es ist endlich live und jetzt bin ich gespannt, ich muss auch mal gucken, nebenbei, ich mach mal hier gerade sozial aus, wer weiß wieder was für Leute hier kommen, äh, wie soll ich sagen, ich hoffe der Mercy Patch ist auch jetzt schon draußen, ich hab mir gar nicht angeguckt was gepatcht worden ist, aber für Junkertown, da muss man ja mal Junkrat picken oder Roadhog, ne, ich hab keine Ahnung wie die Map ist, ich weiß nicht, was uns erwartet, um ehrlich zu sein, ja, okay, prepare your defense, oi, uiihihi, wo, 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 Gott, okay, also sieht natürlich echt schick aus, ich wüsste so gern, wer die Königin hier ist, das war in dem Komo, Komo, hm, Cookie und sein Komo, ne, ähm, ähm, hier, wie hieß es, im Comic mit Junkrat und Roadhog hier, dem guten alten Marco, Roadhog heißt Marco, jetzt frage ich mich natürlich, oh Gott, ja, yes, no, ich war doch hier oben, äh, von wo kommen die denn noch? Awa! 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 Wow, 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 wow. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen überall. Mir fehlen die Wurte. Okay, die neue Mercy-Sklappe draußen. Oh, oh, oh. Alter, was passiert hier? Wir halten hier richtig krass gerade zurück. Bam, 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 bam. Hahaha. Sterbt einfach. Oh Gott, da ist ein Doomfiss. No. Ich bin da nicht gestorben. Aber wir haben so gut zurückgehalten. Alter, was ist denn hier los? Der Schutzengel ist da. Der Sombra, gib alles. Boah, ich muss die neue Mercy ausprobieren dann. Uh, das wird ein Spaß. Ich wollte ja die ganze Zeit beim PvE ausprobieren, aber sind wir mal ehrlich. Wenn du keinen, keinen 6.000 Euro Rechner hast, wirst du es nicht kriegen. Oh, shit. What the fuck just happened? Au. Der hat mir außer Luft geholt? Außer Luft? Wieso redet die ganze Zeit auf Deutsch? Gute Methode, Junkrat, gute Methode. Mach ich auch, mach ich auch zu Hause. Das hat nicht geklappt, dann hole ich meine Bombe raus und dann hole ich es mir nochmal. Pass it to the Iris. Ja, danke. Komm noch her, Dumpfes. Aua, Aua, Aua. Mann, was haben die denn alle für ein Aim? Ist ja unglaublich. Ach, so hat er mich gekriegt. Ach, wie mies. Da, da. Nein. Das kann doch nicht sein. Mensch. Wow. All rasten ja hier alle ziemlich krass aus, ne? You like that one? Ja, ja. Kein Problem. Ich schieb mal den Payload ein bisschen zurück. Schöpne. Ach, hell no. Stop me if you hurt dich von before. Die schaffen das. Alles ist hier gut. See through the Dragon. Aua, Aua, Aua. Soldier. Wo ist denn der Kerl? Ist er tot? Endlich ist er tot. Okay, der Soldier, der macht mir Angst. Der trifft mich immer so oft. Wo ist denn, wo ist denn die Widow? Okay, Sin hat ihn umgebaut. Yay. Aber nebenbei, kann man das runterschlagen? Ne. Ach, her? Oh nein. Ich hab's nicht hingekriegt. Oh shit. Oh nein, er hat den High Ground. Er hat den High Ground. Er hat den High Ground. Gott sei Dank, ich hab's... Oh Gott, woher kommt die ganze Schüsse? Komm her, komm her, komm her, du böser Mensch. Ho, ho, ho. Woher, woher? Ich höre hier über... Aua. Nein! Aminosäure. Nein, Aminomond. Mensch, dreckiger Cowboy. Ist aber natürlich jetzt hier mal crazy ungewohnt. Diese Map. Also, kann ich nicht anders sagen. Ist mal was anderes. Aber ich find das Design sieht wunderschön eigentlich aus. I'm much over you? Das klang jetzt aber ein bisschen komisch. Oha. Pass into the irons. Nope. Bam. Nein. 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 Das kommt doch nicht so sein. Mensch. Diese alle Stungranate. Wie der Typ sich auf mich fixiert, ne? Agon Pocotof, ne Stinn. Was? Da steht aber bei ihm nur noch 0,06. Minimü. Hm. Wo sind denn die hier? Ja, du Rache. Rache. Super. Die Widow hat mich dafür umge... Wunderschön. Das war ja auch der Easy-Skill, den du je machen konntest. Oh, wie cool. Kling. KNG. Kling fast wie die Schule, die hier bei mir um die Ecke ist. Huhu. Das ist gut, als... Na, okay. Ja, 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 ja. Ganz ruhig. Heelpack. Ich dachte schon, Sombra wäre hier. The Berry Jam. Chokino, meh. Oh, sorry, sorry. Ich weiß, ich sollte jetzt gerade spielen, aber ich gucke mir das mal gerade an. Das sieht... Oi, oi, oi. Ich weiß, das sollte man nicht tun, aber sieht das nicht mal geil aus? Und da ist der Thron. Wo geht's denn dann lang? Hm. Gute Frage, gute Frage. Oh, 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 oh. Was ist denn hier? Ein Heelpack. Cool. Ach, hier ist der nicht... Oh, shit. Die sind schon da. Ja, Meteor strike dich selber, Junge. Wir haben ja jetzt auch noch eine Diva, Alter. Das kann doch nicht sein. Nein. 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 Ich will doch nicht sterben. Nein. M-m-m. M-m. Aua, 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 aua. Wie wär's mit dem Heel? Danke? No, no. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Ja, ich auch. Danke, dass du mir so hilfst. Bam. Der Kampf ist noch nicht vorüber. Wow. Mann. Verreckt doch endlich. Thomas, Senyata. Dreckiger Roboter. Immer diese Roboter. Ich sag's euch. Noch zehn Jahre und dann werden wir von Robotern überrannt. Aber ich hoffe, bis dahin haben wir Virtual Reality. Oh mein Gott, yes. Alter, wie viel Kohle. Hab ich auch so. Ich hab auch so viel zu Hause, ne. Das ganze YouTube-Money, was ich mache. So sieht das auch bei mir aus. The Berry Jam. Nein. Ah, es ist schön, dass du das tust. Alter, die machen Raketen. Das ist unfair. Komm her. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Oh Gott, er kommt. Nein. Mecha activated. Das ist das Einzige, was du kriegst, Aldi. Oh, je, je. Oh Gott, oh Gott. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Junge, rasten die hier alle aus. Dann stirb halt du, Doomfist. Pass into the iris. Pass into the iris. No. Dieser olle McCree, wie der mich umbringt. Das ist ja schlimm. Wo, wo, wo sind denn jetzt alle hier? Komm mal her. Stop me if you hurt this one before. Mädchen. Mädchen, lass mich in Ruhe. Aua, aua, aua. Die tut mir echt weh. Puh, da ist ein Healpack. Ja, das brauche ich gerade. Ei, ei, ei. Ist ja hier schon genauso schlimm, wie damals in der Schule hier. Äh, drunter und drüber. Oi. Doomfist? Dieser, dieser olle. Das Bombe ist for you. Ho, ho, ho. Wo ist der Kerl? Ja, Meteor strike dich mal hier. Wo bist denn du hin? Shit. Ja, Rising Africa, ne? Oh Gott. Die sind ja hier alle. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mamma Mia, Mamma Mia. Sie wollen mich. Die wollen mich alle tot sehen. Ach ja, komm her. Hey, don't fucking care. Was? 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 Sie sind nicht gestorben. Was soll das denn? Oh, nee. Mm-mm. Nicht mit mir. Mm-mm. Wir schaffen das. Tötet den Senjata. Wo ist, wo ist die Alte? Aua. Aua. Wer hat mich da abgeknallt? Junge, was ist denn das hier für ein Match? Aua, 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 aua. Nein. Nein. Peri Jam. Ah, wie schwer ist denn die? Also die Map jetzt vielleicht nicht. Vielleicht spiele ich auch einfach nur schlecht, aber... Wieso hat der jetzt Genji gepickt? Irgendwie halten uns gerade richtig gut. Oh. Oh. Junkertown gewonnen. Yes. Huh. Wenn das mal kein Highlight ist... Giacchino. Sinn. GG. Weil play it. Das klingt, als hätten sie die Sounddatei überarbeitet von ihr. Au, au. Ach ja, okay. GG, Alter. Besser kannst du keinen Heino umkasten. Danke fürs Zuschauen. Nimm deinen IP. Sag der langweiler D. Tschüss. Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.